Hallo Leute, ich habe wieder so ein Geschenkband für Fahrraddiebe gefunden und dann gucken wir mal. Diesmal nehme ich den Schraubendreher und dann gucken wir mal was es aushält. Also ihr habt gesehen, das Ding hält gar nichts aus, gibt eine falsche Art von Sicherheit und ihr habt mal gesehen wie schnell ich diesmal war. Viel Spaß!